Schönen guten Quark! Mein Name ist Franz, Franz der Froschkönig. Ich habe mir aber mein Leben als Froschkönig total anders vorgestellt. Herr Zwölf, hm, was mache ich denn da? Müssen Sie denn für immer Froschkönig bleiben? Nö. Dann könnten wir zusammen überlegen, was Sie stattdessen machen. Mit den Kindern zusammen? Ja, mit Musik. Zeig dir hoch, komm dein Buch. Zeig dir tief, wo man spießt. Zeig dir, wie schon immer es geht. Und Akrobatik, Jamelage und Zauberer. Hey, Franz der Froschkönig. Meine Damen und Herren, original Abbas, Jemeniraz. Am Schleppzeug, Hans. Und nicht zu vergessen, unser origineller Gesichtsmedien-Auslinger, Herr Zwölf. Dankeschön. Und nun schön. Ja, das war die Zeit von Londoner Hoh先. Das war die Zeit des letzten Stunden, ich habe innerlich Gesichtsmedien-Auslinges experience. Ich habe ein ganzes Ein gaze, ich habe das hier Gedanken gefangen, ich habe die Linie Min danke. Ich habe das hier gemacht, ich habe eine passion tapes, Andreas Berlin und ich habe oder обрат mir gemacht.